Ich glaube, damit ich einen Kulturschock erleide, muss mein ganzes Weltbild, glaube ich, ins Wanken kommen und ich irgendwie ganz verdutzt muss ich auf der Straße stehen und kann gar nicht verstehen, warum läuft das so. Ich glaube, wenn auf einmal irgendwie ein Mann käme und mir einen Hahn schenken würde oder so, das wäre für mich, glaube ich, ein Kulturschock, aber das muss ich hier in meinem Umfeld ja nicht erwarten. Das hat mir neulich immer erzählt, er hat einfach so einen Hahn bekommen, als Dank und das ist für mich so ein Kulturschock. Das war irgendwie jemand aus Rumänien und er hat dann einen Hahn bekommen.